Ah, hier geht's also los. Squall? Squall? Hier ist die Zusammenstellung für den Testeinsatz. Du bist zusammen mit... Xel diencht? Das ist der etwas lebhafte Typ. Der nervt nur herum. Können wir die Zusammenstellung ändern? Das geht nicht. Xel diencht? Das war Xel. Kampfsportler. So, hier ist... Yo, sind wir zusammen? Hm. Squall will anscheinend ihm nicht die Hand geben. Naja, Squall ist eben nicht der Typ. Du scheinst ja mit Seifer nicht auszukommen. Hey, heute früh hast du dich mit ihm gestritten und abgelust, oder? Das war kein Streit, wir haben trainiert. Das glaubst nur du. Seifer will dich doch nur ärgern. Du darfst dich nicht produzieren lassen. Das geht dich nicht... was? Ach, immer diese dazwischenplappern. Hört mal! Der Seifer, er ist euer Truppenführer. Truppenführer? Er? Keine Änderung möglich. Seifer, bist du hier? Seifer? Ui je. Die Leibgarde, Fujin und Raijin. Der komplette Ordnungsdienst. Du bist der Truppenführer, viel Glück. Kirstie Strip. Ich mag es nicht, wenn man mir viel Glück wünscht. Glück brauchen nur Leute, die nichts taugen. Verstehe. Viel Glück, Seifer. Setzt Quistis auf die Liste. Die Liste? Was wohl darin steht? Okay Leute. Ihr seid der B-Trupp, ich bin der zuständige Ausbilder. Achtet auf Teamwork und zieht die Prüfung erfolgreich durch. Teamwork bedeutet, dass ihr mir nicht in die Quere kommt. Das ist Regel Nummer 1 des Trupps. RB-Trupps, vergesst das nicht, klar? Sind alle beisammen? Das ist der Direktor. Schön, Sie zu sehen. Ich bin Direktor Sidd. An dieser Prüfung nehmen zwölf Personenteil, aufgegliedert in Trupps A bis D. Der Ort, wohin sie sich nun begeben, ist ein... So reelles Schlachtfeld, die Kämpfe sind eben surreal. Eine Welt, wo Leben und Tod, Siko und Niederlage, Rum und Schmach und dicht beieinander liegen. Denn das ist alles, was das alles wird sie begleiten. Eine Welt, die sie bisher nur nicht erlebt haben dürften. Nun, empfindet jemand Furcht? Es werden neun reguläre Sids teilnehmen. Auch wenn sie nicht überleben sollten, werden die Sids die Mission erfüllen. Wow, was für ein Trost. Diesbezüglich brauchen Sie sich also keine Sorge zu machen. Die Spitalin hat Sidd, der stolze Spal am Garten. Lernen Sie von ihm und befolgen Sie deren Befehle. Bestehen Sie die Prüfung. Sie müssen uns davon überzeugen, dass Sie als Sidd geeignet sind. Es wird langsam Zeit. Warum zum Teufel ist sie direkt so verpixelt? Die Sids haben noch keinen Gunblade-Kämpfe. Das sind eine Reihe, die Sids aufgenommen werden. Abmarsch! Okay. Das ist jetzt ziemlich verpixelt. Haben die vergessen, ihn neu zu modellieren oder so? Na gut. Wow. Da gibt jetzt ziemlich jemand Gas. Hey, Skull, zeig mir deinen Gunblade. Cool. Komm, nur einmal. Bitte, 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 bitte. Okay, okay, ich hab' verstanden. Du bist eine pingelige Sau. Genau das bist du. Hey, sag doch etwas. Was denkst du dir überhaupt? Nichts. Nichts. Nervt hier nicht rum. Hasenfuß. Was hast du gesagt? Hehehehehehe. Es reicht jetzt. Irgendwie stille. Mir will keiner was sagen. Küsst. Wer war das Mädchen auf der Krankenstation? War da jemand? Mir ist niemand aufgefallen. Ist irgendetwas passiert? Nein, nichts. Grandios. Mein Team besteht aus einem Hasenfuß und einem Gigolo. Okay, ich darf jetzt das Ding steuern, oder wie? Okay. Achso, so steuere ich das da. Gut, dann fahren wir dahin. Wie heißt die Stadt nochmal? Palamstadt, oder? Ja. So. Ah, da warten sie ja schon die ganzen Boote auf uns. Das ist das Schiff. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Hast du das Schiss? Ihr seid der Letzten. Steigt da ein Tempo. Enttäusche mich nicht. Beleidung, Beleidung. Oh gut, na komm, lauf schnell es einfach. Beleid dich, Skull. Ja super, wenn ihr mir im Weg steht, dann kann ich auch schlecht einsteigen. So. So. So schaut das alles aus. Das Teil muss ich nicht steuern. Jetzt geht's nach Dorlet unterwegs, oder wie? Das hier ist der B-Trupp. Hallo. Das wievielte Malseifer? Ich mag halt Prüfungen. Erläuterung der Lage und die Missionsbeschreibung. Setzt euch! Der Auftragbegeber ist das Dorlet-Parlament. Der Auftrag wurde vor 18 Stunden an die Sitzel weitergeleitet. Dorlet wird seit 72 Stunden von den Galbadianern angegriffen. 49 Stunden später hat Dorlet die Innenstadt aufgegeben. Zurzeit befindet sich in den Bergen und Reorganisieren ihre Truppen. Soviel zur aktuellen Lage. Jetzt kommt die genaue Missionsbeschreibung. Die Galbadianer planen jetzt die komplette Beseitigung der Was? Toiletschen Oh Gott, hey. Restverbänden. Wir werden Was? Lugtern Strand anlegen. Wir beseitigen die Galbadianer und befreien die Innenstadt. Wir Sitz werden uns in der Zeit auf eine feindliche Gegenoffensive vorbereiten. Das sei ziemlich genau. Und was müssen wir machen? Die Sitzanwärter sollen den Stadtbereich säubern. Eine wichtige Aufgabe. Langweilig. Wir müssen also den Müll beseitigen, hm? Ach ja, das versteht sich zwar von selbst, aber ein Rückzugbefehl hat höchste Priorität. Vergesst das nicht. Wir werden bald anlegen. Gleich nach der Landung beginnt der Kampf. Bereitet euch gut vor. Das war's. Wendet euch ein Quiz, wenn ihr noch Fragen habt. Was mache ich jetzt? Quizzer sprechen, Zeitmann sprechen, Xilla sprechen, nichts machen. Wir legen gleich an. Haltet euch bereit. Verstanden. Verstanden. Ja, ja. So, Skoll, schau nach, was draußen abgeht. Nein. Verstanden. Du hast es begriffen. Ich bin schließlich der Truppenführer. Gut, dann schau ich mal, was draußen abgeht. Gut, dann schau ich mal, was draußen abgeht. Gut, dann schau ich mal. Cool. Das hat jetzt einfach nur cool ausgeschaut. Und war das nötig, durch die Wand zu springen? Der B-Trupp ist für den Marktplatz zuständig. Vor einem Kampf sollte sie checken, ob die GF gekoppelt sind. Wir gehen. So, kuppeln, lösen. Alles. Naja, ich muss noch das Ding lösen. Alles. So, kuppeln nochmal. So, genau. Cypher. Der hat anscheinend nix. Ja, genau. Stimmt, der Cypher hat keinen Zauber. So. 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 Jetzt kann ich bei irgendwas kuppeln. So. Okay, auf geht's. Alles ist gekoppelt und funktioniert hoffentlich. Gespräche vermeiden. So. 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 Das ist die C-Prüfung. Oh, da kommt schon der erste Gegner. Nicht schlecht. So, jetzt habe ich ein paar Zaubergezauber von den Gegnern vorhin und naja, fast alles auf 100 glaube ich. Oh, fast. Ja, fast. Gut, das von Cypher gebe ich Christus. Da ist der Cypher. Aber das braucht er nicht. Und dann tue ich das von Christus alles was geht. Genau. Moment, Skow. Genau, es passt. Genau, bei Ifrit muss ich noch. Toll, das lernte er gerade. Hm, Stärke 20. So, HP. Wille und Stärke 20. Stärke koppeln, Geist 20. Passt. Im Moment passt alles. So, schaue ich mal, ob ich es zurücklaufen kann zum Speicherpunkt. Weil ich möchte das speichern und hier mal Ende machen. Genau, es geht. Hm, es hat fast 20 Minuten gedauert, diese ganzen Zauber zu ziehen. Na gut, Leute. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part. Adios. Bis zum furnen. Bis zum Anfang.